Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Magic the Gathering Arena. White or blue, white or red spells. Also müsste ich normalerweise jetzt irgendein Deck nehmen. Mit weißen Karten. Das hat natürlich Chaos und Mayhem nicht. Auras and Majesties, no. Dann machen wir halt mal Tactical Assault, aber dann mache ich kein Ranked Match draus. Und ja, wir können ja mal ganz kurz hier gucken, was wir hier momentan haben. Ajani is welcome. Ich möchte das jetzt auch mal mit reinnehmen. Auch den nehme ich mit rein. Ja, dann würde ich mal sagen, ähm... Wir starten jetzt einfach mal damit. Auf geht's. Ich brauche jetzt gar nicht mehr so viel. Und dann habe ich meine fünf Multicolor Decks zusammen. Schauen wir doch mal. Achmedas Kind. Ach, das kann man so lassen. Ja, das sind natürlich nur Enchant Creatures. Das fällt mir gerade mal so auf Enchant, Enchant, Enchant. Aber damit ist es eigentlich ganz gut. Aber damit ist es eigentlich ganz gut. Was glaube ich, da ist mein asshole. Aber damit ist es sehr leicht. Ach, das ist doch schon wieder Schrott. Wir warten jetzt einfach mal, was passiert. Der wird mit irgendwas angreifen, ich hätte ja wahrscheinlich das Entschätzung vorher machen müssen, oder? Kann ich das noch nachträglich machen? Alter, mit was kommt der denn da alles an? No blocks, oh mein Gott. Ohhhh. 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 Ja, in dieser Runde mache ich irgendwie, glaube ich, keinen Schaden mehr großartig. Äh. Ja, ich bin ja sonst tot. mir bleibt ja nichts anderes übrig dann kann ich den hier weg machen und damit mache ich den da noch weg und dann bin ich trotzdem tot unglaublich was ein gottverdammt schnelles match fünf schaden habe ich jetzt gemacht haha wie toll und habe gerade mal zwei spells gespielt ich wusste dass es gut ist hier aus dem ranked modus raus zu gehen weil mit dem deck hier komme ich noch nicht so gut zurecht schauen wir mal wie es jetzt in der nächsten runde aussieht vielleicht kriegt ich dann ja die paar schadenspunkte zusammen die ich eigentlich brauche um zu gewinnen gegen dürr so blind wir fangen jetzt einfach mal damit an ich bräuchte auch dringend noch irgendwie ein paar karten die man einfach mal so ausspielen kann also kreaturen noch mal wieder noch mal wieder Oh, ich ahne das Übelste schon. Oh, ich ahne das Übelste. 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 Mama hat mal den Angriff, ich glaube nicht, dass er damit verteidigen wird. Aber dafür würde er jetzt mit den ganzen Angriffen, okay. 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 Oh, Death Touch, das gibt es natürlich nicht. Okay. 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 Hmmmm Hmmmm Oh, 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 oh. Oh, der hat ja Reach, nein. Er hat ja Reach. Er hat ja Reach. Er hat ja Reach. Ich weiß, dass ich dann sowieso... Ich weiß, dass ich das Leben verliere. Ich weiß, dass ich das Leben verliere. Let's see if you're worthy. Meet my newest friend. I am proud to fight by your side. I will lend you my strength. Ich weiß, dass ich das Leben verliere. Ich weiß, dass ich das Leben verliere. Ich weiß, dass ich das Leben verliere. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt haben wir neue Decks bekommen. Primal Fury, Wing and Claw, Eternal Thirst, Wrath of Mages und Sepralying Swarm. Wir werden ein schwarz-weißes Deck. Das ist das, was ich eigentlich eh immer schon mal spielen wollte. Oder was ich früher auch immer gerne gemacht habe. Gut und Böse zusammen. Das schaue ich mir jetzt mal an. Eternal Thirst und ich vermute, dass das jetzt das nächste Deck sein wird, was ich jetzt einfach mal spiele. Ja, Janis, welcome. Moment of triumph. Na, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe eine rausgenommen, oder? Ja, nein. Ja, nee. Ja. 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 Das werden wir jetzt einfach mal spielen. Ich brauche aber das hier auch noch. Ich meine, das macht jetzt keinen Sinn. Deswegen werde ich dann trotzdem noch weiß Tactical Assault weiterspielen. Ich brauche diese Dinge da. Also viel ist es ja nicht mehr. Herr Cristiano. Okay, die fahren wir einfach mal dann. Und dann? Ich brauche und Serve Sterbe. Okay. Ich brauche meine Sharkницы. Ich habe jetzt einen schweren Schein zu surfboard. Ichiele H campaignerstellen. Conradio. Oh, es entwickelt sich doch ganz gut. Ich weiß aber, der muss jetzt erstmal weg, ich weiß, dass da ein 2-2-Zombieber rauskommt, aber... Ich weiß, dass da ein 3-2-Zombieber rauskommt, aber ich weiß, dass da ein 3-2-Zombieber rauskommt. Das war jetzt aber nicht nett von dir. Ich kann schon aber froh sein, dass er es jetzt gemacht hat und nicht bei meinem anderen hier. Aber hier steht... Ja doch, machen wir da drauf. Ja, das ist ein Block. 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 Du spinnst wohl. Das ist ja wohl jetzt nicht dein Ernst, ey. Ja, das ist ein Block. 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 Vielen Dank. 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 Okay. Okay. So, baby, ... 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 Das ist okay. Das bringt mir ja alles noch nichts, da kann ich auch was mal alles hier rausbringen. Da soll er von mir erst mal angreifen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt müsste das Match eigentlich rum sein, wenn er nicht noch irgendwas hier binden kann. Verdammt nochmal, ey. Das nervt. So, zwei Leben war der jetzt noch. Eine Karte behalte ich mir noch zurück, damit er nicht genau weiß, was passiert. Und das war's. Das war der wichtige Sieg, jawoll. So, damit kriege ich jetzt hier tatsächlich noch ein... Ah, jetzt können wir zwei Packs aufmachen. Nein, ich will nicht mehr playen jetzt. Also, erstmal hier Store. Wir gehen erstmal in den Store rein. Und kaufen uns weitere Packs. So. Corset. Ich mach hier nochmal ein Corset. Mach noch ein Corset. So. Jetzt schauen wir mal hier rein. Erstmal hier Corset Nummer 1. Mmh. So, was haben wir hier? Oh, was ist das denn? Hm, das ist natürlich krass, aber grün, weiß, blau, okay. So, haben wir das nächste Chorset auf. Hmm. Das ist ein Minimals. Hmm. Hmm, 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 hmm. Alles klar. Jetzt gucken wir hier rein. Jetzt machen wir noch mal einen Guilds of Ravnica Deck auf. Ja. Oh! What's this? Oh! Auf jeden Fall schöne Packs. Schöne Packs, schöne Packs. So, ja. Geil, Weekly Wins. Ja Leute, also was kann ich jetzt sagen? Aktuell Primal Fury, da freue ich mich schon drauf. Ich freue mich auch auf Eternal Thirst. The Proling Swarm ist bestimmt auch mega interessant. Wing and Claw. Reicht gut, ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder an, wenn es wieder heißt. Magic the Gathering Arena mit mir immer gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Wir sehen uns noch mal wieder. Auf jeden Fall. Tschüss. Vielen Dank.